Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sind letztes Mal in diesem, ich glaube Wundertundel heißt das, gekommen. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm, komm ich zurück? Kann ich dich pieksen? Naja, spring nochmal. In mein Schwert. Ja. So, ich kann dich gar nicht schieben. Wieso, dass du nicht schieben willst? Ich muss mal nachdenken. Muss ich um die Ecke springen? Moment. Ja, das habe ich zwar schon geschafft, aber das war mir Zufall. Nein, ich versinke im gnadenlosen Nix. Nein, ich versinke wieder im gnadenlosen Nix. Ey. Nein, ich bin nix wert. Ja, ich bin was wert. Geil. Okay, okay. Die habe ich schon gelesen. Moment mal. Ihr seid jetzt dieselben Viecher wie die anderen. Das heißt, ich kann euch auch umschützen. Zumindest, das heißt, ich komme an dieser Kiste an. Okay, kommt her. Kommt her. Nein. Ey. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Warum muss ich immer erst eine halbe Stunde in die Gegend drehen, bis ich sowas merke? Ah. Oh. Es läuft alles slow motioniger. Ja, slow motioniger. Und einen Kompass. Habe ich auch bekommen. Jetzt kann ich mal gucken, wie das alles aufsieht. Neu, neu, neu. Ja. Es ist neu. Ja, ich kenn den. Scheiß. Okay. Ich scheine wohl ziemlich viel übersehen zu haben. Und? Nein! Oh. Ich dachte schon, ich werde jetzt von der Spinne gefrisst. Das wäre ein Albtraum schlechthin für viele Leute. Für mich wäre es allein schon Albtraumweilspinne. Schlimm genug, dass die ganzen Bierkisten und so weiter sich da dementsprechend auch große Spinnen einmisten. Weil die stehen ja auch dementsprechend lange rum. Ich meine, die sind haltbar bis 2023. Also Ende des Jahres 2023. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hm. Aber gut sind ja auch dementsprechend große Lagerbestände. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Zu früh. Aber es würde klappen. Wieder zu früh. Sag mal. Genau so. Geht doch. Oh. Hey, nee, nee. Oh nein, nee. Zummerkreich. Hau ab! So. Jetzt muss ich jetzt ihn zummerkriegen. Was heißt, das war einfach nur dafür gut? Mann, was für eine Täuschung. Was für eine Schmach. Eigentlich gar nicht, weil da oben ist mein Ziel. Was heißt das war einfach nur dafür gut? ich muss nur hinkommen da ist mein ziel das heißt ich muss von da aus von da aus aha ok 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 nö jetzt kann ich da wieder um die etik springen das kann ja lustig werden irgendwie geht es auf einmal nicht mehr sag mal bin ich auf einmal zu dumm zwei tasten zu drücken leck mich doch am arsch warum geht es nicht mehr es muss möglich sein 100 pro ich meine ich hab's ja schon geschafft ja es ist wirklich ein bisschen Geld ey Arschgesichten erwartet was ist der verdient hat er ist irgendwie nix fallen lassen die sich haben die also stehen und der schlüssel ist heruntergefahren haut ab ihr scheiß Goombas und ich nenne euch Goombas weil ihr die Vieh aus Mario Pradas 3 seid ah hatte ich einen Schlüssel Moment mal da Moment mal Moment mal der Schlüssel ist doch noch am Absauf oder nicht ja ich bräuchte ne Angel ein Schwimmfluss oder so Moment Moment mir fällt grad was ein vielleicht komme ich ja nicht schließlich spät daran weil ich bekomme ja höchstwahrscheinlich irgendwas womit ich schwimmen kann Aua ich nehme von allem Schaden ich bin so lächerlich schwach ich hier wenigstens jetzt ein Herz auserfinden würde ja noch eins bitte ja gut der geht auf holy shit ok ähm du bist garantiert Bosskampf Moment muss schneller sein yeah ja ich dachte er dreht um gut er dreht um er dreht um keine ahnung ob man ihn so machen muss aber ich mache ihn jetzt so bäm in den Blindell gestochen Nein ok bams explodiert ein bisschen zwischenbruch traurig ja danke gut das bringt mich zurück ja jetzt bin ich nämlich hier ich glaube ich habe ihn nur so gut gesiegt weil mein schwert der magd noch anhält es geht ganz langsam zu was sind das da rechts oben ich würde gerne gucken was das da rechts oben ist und jetzt ich muss doch hier irgendwie wieder raus kommen ich habe schon gemerkt dass die auf mich geschossen wird von mir irgendeinem wahnsinn du bist jetzt endlich ein paar schwimmflossen druckst du beim schwimmen den b-knopf kannst du sogar tauchen ok damit ist erklärt wie ich äh wem habe ich ihn jetzt gekillt somit ist es zumindest erklärt wie ich an die schlüssler ankomme was und bams was haben wir das gehabt ah was 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 w und es ist es und Was habe ich jetzt anders gemacht als zuvor? Er darf auf mich zu spucken. Nein, natürlich bin ich so gut und lasse den Sofa. Ja, danke. Spinnerinnen? Ne, ich habe schon wieder so ein Spielchen. Ok, so komme ich zurück. Was ist da rechts überhaupt? Ach, da komme ich jetzt nicht mehr entlang, weil ich es verkackt habe. Ja, ne, damit. Ja! 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 Ah, ich kann schwiegen. Ja. Hm. Hä? Ich verstehe es überhaupt nicht. Sorry. So, vergiss dich mal. Ah, haha. Dreh dich doch! Ich drücke nach oben, was soll ich denn sonst noch machen? Äh, falsch. Das da wollte ich. So, trägst du mir erst. Ah, Lebenskraft, danke. Natürlich war es falsch. Das ist eine Treppe. Das sind widerliche Widerlinge. Das ist gar nichts. Ja, gut. Ein Selbstmörder. Ah! Hier ist der Boss, oder? Als der Taste. Ja, weiter oben ist der Boss. Ähm, okay. Hm. So, jetzt bin ich hier. Okay. Gut, ich kann schwimmen. Ah! Ah, jetzt komme ich an die Truhe da ran. Ah! Schwimm, schwimm, schwimm. Schwimm, schwimm, schwimm. Ah, Spinnerin! Ja! Money! Ich hab fast genug für den Bogen. Da geht dir so richtig die Party ab. Hm. Jetzt zur Hölle. Okay, das ist irgendwie komisch. Aber gut. Aber ich sollte zurückgehen und den Schlüssel einsackeln. Wo bin ich jetzt? Da! Ähm, okay. Irgendwie hab ich was übersehen. Ich könnte zurückgehen und die Schlüssel holen, aber wozu? Ich hab was übersehen, kann das rein? Danke. Ich geh erstmal hier rein. Ich hab den Master Key nicht! Bestimmt, das hab ich übersehen. Toll! Das mir das offensichtlichste fehlt. Na gut, egal. Gebt's zu, ihr habt nur auf den Moment gewartet. Ich war... Na gut, ähm... Ich dachte, das kann ich auch schämen. Na gut, dann... Spinnerin! Ja, ja, ich hab einen Machtteil. Ja, ich... Ich wollte schon mal einen Schild typen. Dabei hab ich gar kein Schild ausgerüstet. Genau. Da links lang. Hau ab! Loslassen! Drum kommen! Oh nein! So. Wie komm ich da dran? Einfach schwingen! Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen! Så... Unten! Nein! Lass mich in Ruhe! Äh, falsch. Das dauert ich. Warum? So. Äh, ich komm gleich mit. Ich hab gedrückt. Äh, egal. Ich war wahrscheinlich schon zu nah am Abkommen. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Äh, ich guck mir den Abgrund hundertmal an. Wenn du mich jetzt... Ja gut, ich dachte, der Schleimschicht wird runter. Wow, gut. Da! Haut ab! Spinnen! Was ist das überhaupt? Ich kann gar nichts machen. Manni! Ja, ich hab genug für den Bogen! Geil! Jetzt bald ich wieder im Dorf bin, geht's rund. Ja, komm her! Nein! Danke. Hm, ich hab einen Schlüssel, aber... den Riffel verschwinden... Das ist nur mein einziger... Scheiß drauf, ich verwende den Riffel. Wenn das jetzt ein Fehler ist, dann hab ich zwar Pech gehabt, aber... Ich hab jetzt keine Lust hier... ...drei Kilometer langen Umweg zu gehen. So, lass mich raten. Schlüssel ist weg. Ja. Schild ausrüsten. Link. Und äh... der da auch... ums... wird gefetzt. Ich muss da nach links. Schübs ihn um! Falsche Richtung... guckt! Au, da! Ihr lahmen Arschgeier! Arschgeier! Ja, da oben will ich ihn! Aber wozu die Bomben? Das verstehe ich nicht! Ja, toll! Immer wieder falsche Taste zu drücken, ist echt geil! Könnte ich mich da einfach hoch sprengen? Nee, oder? Die Bomben müssten irgendeinen Sinn ergeben. Irgendeinen tieferen Sinn! den ich nicht verstehe. Hm. Ich kann nur eine Bombe legen nicht mehr. Schade. Schade. Ich hätte ja kappen können. Vielleicht lässt er springen. Schau ab! Na gut, danke, dass du doof bist, du da reinfliegst. Oder schwimmst, oder was auch immer. Ich bin auch am überlegen, was ich hier jetzt genau machen muss. Einfach. Nee. Hä? Bin ich irgendwie doof? Vielleicht vom oberen Raum nach unten. Das kann auch sein. Moment. Dann guck ich mal. In dem Raum. Also nicht von dem Raum davor, sondern... Also nicht von dem Raum davor, sondern... So, jetzt mal schön im Kreis gehen. Nee, immer falsch. Oh, ich muss wieder diesen däbigen Sprung machen. Ich krieg's nicht hin. Wow. Nein! Du... Dreckiges! Kleines! Oh, das kann was werden... Nein! Das war bockig. Das war bockmistig! Ja, 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 ja. Gut, gut. Wieder vorlehnen. und wieder richtig zocken. Also ich hab mich grad zurückgelehnt, weil ich dachte, es dauert noch 300 Stunden. Meins. Meins. Moment mal. Ich kann da nach links jetzt, weil ich kann jetzt schwimmen. Ich frage das nur. Ach so, ne, Moment mal. Super. Hau ab! Oh, du. Was, du fängst nicht lang? Ich glaube, ich hab's begriffen. Das Rätsel hier. Aber. Wie funktioniert das Rätsel? Man, warum drück ich hier mal das Falsche? Ich versteh das Rätsel nicht. Sorry. Ich muss. Der hier ist Endbossraum, genau. Ah! Das ist eine Treppe. Das heißt, ich muss das hier machen. Oh, ach du Kacke. Da darf ich das Rätsel nicht brüllen. Ich kann tauchen. Ich kann das hier machen. So, Moment mal. Nee. Was ist der Name im Wind? Das? 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 Sind die Amartes zu langsam. Was war denn das gerade? Okay, das nicht. Das heißt, ich muss das rechte obere erwischen, oder wie? So schnell wie möglich. Hä? Das ist doch gar nicht möglich. Ah! Nein! Ich hab gepennt! Weil ich nicht damit gerechnet hab! Scheiße! Okay, aber ich kenn die Reihenfolge. Mitte, links, unten, rechts, oben, links, oben, rechts, unten. Wahrscheinlich. Ja, und ich muss auch noch schnell genug sein. Das ist widerlich. Schneller! Scheißdreck! Oh, das war doof. Moment. Ja, zu lahm! Ich darf... Moment, vielleicht ist das gar nicht in meiner Folge. Hä? Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Äh. Nochmal gibt's nicht. Zweimal. Das werde ich nicht schaffen. Doch! Dreimal! Scheiße! Ich hab viermal. Ich hab viermal. Ich hab da... Minz. Zweimal. Zweimal. Dreimal. Ja, super! Boah! Nein! I-la-sack! Ach gut, ging's nicht mehr raus. Viermal! Jetzt schneller! Ja! Oh! Gut, dann werde ich aber hier einen kurzen Schnitt machen. Das war The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt sehen wir uns das nächste Mal wieder. Fitt euch!